Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und Rundtrippig war der Fünschen, ohne heute an Kai Uppweg und Kai Uppweg muss jetzt aufpassen, denn Leon Matzen, der schiebt sich dazwischen, da bin ich gespannt, ob Kai da nochmal fronten kann, aber das ist natürlich eine ganz, ganz harte Aktion, da kommt Leon Matzen, der da einfach dazwischen fährt. Wunderbar, man geht nach unten, das ist der weite Weg, der hier weg ist. Und Matzen, der zweite Position, dann Marc Ries und dann erster, Sebastian Ulamenck, der kämpft sich da jetzt ran und greift da an, sitzt sich unten an die Welt. Aber Erik Ries, der hat hier scheinbar alles ganz, ganz locker im Griff. Marc Ries versucht nochmal, aber Sebastian Ulamenck, der schiebt sich da einfach ab. Marc Ries kommt, aber Matzen Kröger ist an dritter Position. Und ja, was für ein geiler Lauf. Hammer, Matzen Kröger, wie in alten Zeiten, der zieht sich richtig was ab. Was für ein Hammerlauf. Aber Marc Ries ist in einer tollen Vorstellung. Also, der Laufsieg. Das war's, der genau. Das war's. Das war's. Das war's, das war's. Das war's, der hat nur das Schlagel an vierter Position. Jeder noch was. Aber Tobi Kroger hier mit einem sensationell guten Start in der ersten Kurve in führender Position. Von Martin Schulinski. Und jetzt direkt. Ja, Sandro Wassermann noch zu klassieren. Tobi Kroger vorne. Von Martin Schulinski und Sandro Wassermann. So sieht es im Moment aus. Also, das wird ein ganz, ganz heißer Riff. Aus, mit der Position, noch voll im Griff. Jetzt reicht es zu gucken, was macht Lukas Wienhage an vierter Position. Kommt er da nochmal dran an Sandro Wassermann. Aber Tobi Kona, letzte Runde, danke. Der jetzt vielleicht nochmal aufkommt. Aber jetzt heißt es Daumenbrücken für Tobi Kona. Letzte Kurve, Tobi Kona. Der Käpt'n macht hier ein Dreierklar. 71.54 Uhr, die Zeit. 71.54 Uhr. Und dann geht es ganz echt Tobi Kona. Und hier steht Chris. Die liefert sich da ein heißes Juwel, aber hier steht Chris. An jetzt die Nase vorne. Und jetzt heißt es natürlich Daumenbrücken, was Tobi Kona dann nochmal angreifen kann. Tobi Kona versucht, dass er in der Position ist. Und jetzt ist das Tor, Tobias Bruner, Sebastian Brunerberg an vierter Position. Und das ist ein Tor, Tobias Bruner. Tobi Kona an vierter Position. Geht da vielleicht noch was? Also etwas mehr als eine Wunde ist noch zu absolvieren. Martin Smolinski vor, Erik Chris und Tobias Bruner. Auch mal, ob Tobi Kona da noch ankommt. Das ist auf jeden Fall ein Laufsicht für Martin Smolinski vor. Ja, Erik Chris und Tobi Kona, Sebastian Brunerberg an vier. Nur mal hier am heutigen Nachmittag. Und jetzt kommt Lukas Wienhage gleich hin. Wer hat ein Biermannsen eingreifen. Oder mit nach vorne, Sandro Wassermann, Biermannsen und Lukas Wienhage. Und Sandro Wassermann, der will es da wissen. Der ist da raus. Und jetzt kommt Lukas Wienhage, die darf gleich noch ankommen. Aber Moment, sieben, es soll die beiden Devils wieder zusammenfahren. Sandro Wassermann und Leon Maxi. Aber vorne ist Rune Holzer. Und jetzt kommt Lukas Wienhage, die ist da dran dran. Vielleicht wieder noch was. Anderhalb Punkten sind noch zu absolvieren. Und jetzt kommt Lukas Wienhage. Rune Holzer vorne. Sandro Wassermann. Leon Maxi. Letzte Munzi dann angepasst. Und jetzt kommt Lukas Wienhage. Letzte Kurve für Rune Holzer. Der hier drei Punkten entgegen wäre. Rune Holzer vor Sandro Wassermann. Leon Matzen und Lukas Wienhage. Und jetzt kommt Kai Hugenbeck. Kai Huckenbeek geht da außen, zunächst an die zweite Position, das ist die ganze Zeit dabei. Und jetzt hört Huckenbeek an. Kai Huckenbeek an, wo ist die Erde, Mondbank ist und Mann Kröger an vier. Das wäre natürlich nicht top, dass Mann Kröger das vielleicht auch einen Punkt gut machen könnte. Aber im Moment sieht es nicht aus, denn im Moment ist aber Kai Huckenbeek vorne. Er geht da natürlich nicht auf, Mann Kröger an vierter Position. Aber Kai Huckenbeek ist nicht gut gestartet, aber hat sich dann nach vorne gekämpft. Also super Leistung, letzte Kurve. Mann Kröger an vierter Position. Letzte Kurve, Kai Huckenbeek, und da gibt es noch mal einen Angriff, aber Kai, wenn das hier drei Punkte ist, Kai Huckenbeek vor nicht die Härte. Und Martin Kröger. Malaysia Aber Das ist Leo Matson, aber da gibt es den Outfall bei hier encrists, das ist ja ganz, ganz bitter. So, und jetzt bin ich gespannt. Leon Madsen ist vorne. Also, das ist eine ganz, 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 ganz bequete Situation jetzt hier. Leon Madsen vorne, UNO-Holter-Anfahrt, der Bundesstuhl und Sebastian Loderbeck an drei. Ja, Leon Madsen, der ist hier verdammt schnell unterwegs. Jetzt bleibt mal UNO-Holter, aber das war noch nicht. Letzte Kurve für Leon Madsen, das lässt sich hier hinterlegen. Und hier ist dieser Lauf, also die Nummer 11 für die Jevels, macht hier einen 3er. Das war aber genau. Tobi Kona vorne, Tobi Kona, nicht die Härte, die sieht von sich da ein heißes Duell. Man ist Polizzi an dritter Position. Oh, ist das eine enge Nummer. Tobi Kona, der ist vorne. Tobi Kona, der ist an dritter Position, aber nicht die Härte, die ist vorne. Und Madsen Polizzi greift jetzt außen an und zieht vorbei. Madsen Polizzi, die ist vorne, der Kona auf Kai Huffendick. Das ist im Moment so, dass, wie es irgendwie war, jetzt kommt vielleicht Kai Huffendick nochmal mit ganz viel Speed da an den Nagel. Aber Michael Ernest ist vorne. Und jetzt hat Kai da nochmal einen Aufsteiger. Also das ist hier eine Dramatik. Aber Michael Ernest und Tobi Kona und Kai Huffendick sind da geschlagen. Wahrscheinlich ist Zürich. Rune Holter Rune Holter Rune Holter Auf dem Weg hier zum Laufsieg Rune Holter, jawoll 3 Punkte Und ganz ehrlich Das waren 3 Punkte für Matten Kröger 71, 73 die Zeit und es waren drei Punkte für unsere Nummer 1 für Rune Holter, zwei Punkte für Marc Riss und ein Punkt für Sandro Wassermann. Dann unsere Weiß hochsteht der Jungs. Das war ehrlich gesagt noch sein erster Kerzenlauf, nicht zu erwarten, nicht zu erwarten. Der hat gewonnen. Der hat gewonnen. Der hat gewonnen. Was für ein Start von Marcin Spolinski und Erik Riss von Rune Holter in dritter Position. Erik Riss vorne, dann Marcin Spolinski, aber Rune Holter greift da an und Guy Huckenbeck in hoher Stellung. Jetzt bin ich gespannt. Rune Holter greift da auch noch mal an. Guy Huckenbeck fällt ein bisschen zurück. Und Rune Holter, der kommt jetzt und greift Marcin Spolinski an. Oh, da gibt's den Konter. Jetzt vielleicht eben. Das ist ein ganz heißer Fein. Rune Holter und Guy Huckenbeck. Tja, da sind die Devils hier ziemlich clever unterwegs. Erik Riss und Marcin Spolinski. Rune Holter nimmt beide ins Paket hier mit. Bek spolinski. Rune Holter. Rune Holter. Fertig, wenn es das einfach hier ist, ist das einfach, unter Dichtesgriff. H permettest das einfach, unter Dichtesgriff, unter Dichtesgriff? Herbst, habe ich auch schon mit den Beteiligen, also mit der Beteiligen, der Beteiligke sind. Dichtes Near-Dicht,